Die 16-Finalisten dann nachher nochmal auf der Strecke mit Putten-Judy jetzt hier auf der Unterseite vom Monster Big ausgesehen. Da ist ein schöner, bespannenderer der ganzen Geschichte. Ein kleiner Mini-Fehler und dann schaut es schon nicht mehr ganz so gut aus. Und mit dem Finale, da schauen wir nach vorne für nur 20 Sekunden ungefähr, bis dahin holen sie jetzt. Und jetzt gibt es die Waschmaschine, die es gar nicht schön beschrieben hat. Zweimal hier oben und da natürlich ganz gefährlich viele, viele von diesen kleinen Blöcken, wo Monster draufsteht.